Hallo zusammen, ich bin Jasmin Kosebeck und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen. Bevor ich meinen Gast vorstelle, möchte ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren. Ich weiß nämlich, dass über 50 Prozent diesen Abo-Button immer noch nicht geklickt haben. Wir sind schon sehr viel besser als noch vor einem Jahr, aber trotzdem, es kostet nichts und unterstützt mich ungemein. Sonst auch gerne noch ein Like und ein Kommentar da lassen und damit Dankeschön. Und nun zu meinem Gast, Ulrich Vosgerau, Jurist, Staatsrechtler, sage ich. Sie sagen Staatsrechtslehrer, fängt schon an, mit einem Juristen zu sprechen, immer ein bisschen schwierig für mich. Sie sind Dozent an der Uni Köln, Sie sind oder waren damals, bestimmt immer noch, ein lauter Kritiker der Migrationspolitik 2015. Ja, Privatdozent bin ich, um genau zu sein, allerdings ein inzwischen Entpflichteter. Okay, was auch immer das bedeuten mag, vielleicht ist das wichtig, ich weiß es nicht. Sie sind außerdem Mitglied des Kuratoriums der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Ja. Und Sie vertreten die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht. Sie sind außerdem aktuell Prozessbevollmächtigter der Wahlprüfungsbeschwerde von Tichis Einblick. Ist auch richtig, ja. Ja, Gott sei Dank, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Da geht es um die Wahlwiederholung der Bundestagswahl in knapp über 400 Berliner Bezirken. Wir haben ja bereits die Abgeordnetenhauswahl wiederholt, aber da war ja noch einiges im Argen, was diese 400 Bezirke in Berlin angeht. Können Sie da mal nur ganz kurz und ganz einfach hier noch mal kurz erläutern, wo da jetzt der Stand ist? Wird die Wahl wiederholt oder nicht? Also die Bundestagswahl, dieser kleine Teil. Die Bundestagswahl wird auch in Berlin wiederholt werden, aber wir wissen nicht, in wie viel Wahlbezirken. Wahlbezirk bedeutet einfach Wahlbüro, ja. Es gibt ein unterschiedliches Verfahren auf Landes- und auf Bundesebene. In Berlin, was die Abgeordnetenhauswahlen angeht, ist sofort der Verfassungsgerichtshof zuständig. Und der hat keine eigenen Interessen, ja. Der hat kein Mandat, der guckt sich das Verfahren an und sagt, das war ein Riesenskandal, muss alles sofort wiederholt werden. Und auf Bundesebene ist es anders. Da muss zuerst der Bundestag selber eine Entscheidung treffen. Der Bundestag entscheidet in eigener Sache, ob die Wahl wiederholt werden muss. Und das ist natürlich immer ein problematisches Verfahren. Der Bundestag sagt nie, dass er nicht legitim ist. Der will eigentlich keine Wahlwiederholung und wenn, dann nur minimal. Das ist ja auch nachvollziehbar aus dem eigenen Interesse. Aber ich meine mich auch zu erinnern, dass die Differenz, da war irgendwas mit Zahlen, dass die Differenz nicht so groß ist bei der Bundestagswahl wie jetzt bei dem Abgeordnetenhaus bei den Wahlen, die dort abgelegt wurden. Und dass bei der Wahlwiederholung da nicht so ein großer Unterschied wäre. Ich meine, mich an irgendetwas zu erinnern im Gespräch mit dem Herrn Lute, der ja auch da involviert wurde. Nein, nein, also es gibt 2600 Wahlbezirke, so ungefähr. Und da musste die Abgeordnetenhauswahl in allen wiederholt werden. Und die Bundestagswahl soll nach dem Willen des Deutschen Bundestages nur in 431 Jahren werden. Ja, aber das, weil es ja auch nur so ein kleiner Teil ausmacht. Deswegen will man ja nicht, dass es komplett wieder wiederholt wird, weil es nicht notwendig wäre oder so. Nein, 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 nein. Die Wahlfehler waren auf beiden Ebenen dieselben. Die Wahlen haben am selben Tag stattgefunden, in denselben Wahlbezirken, mit demselben Personal, mit denselben Fehlleistungen. Das ist wirklich Fehleridentität. Nur eben einmal konnte der Verfassungsgericht sofort entscheiden. Und einmal war der Bundestag zwischengeschaltet und sagt, nein, wir machen nur Wiederholungen in 431 Wahlbezirken. Aber was fordern Sie denn dann, dass es komplett wiederholt wird? Ja, selbstverständlich. Aber wenn die Fehler doch nur in den 400 sind? Sind sie aber nicht. Deswegen musste die Wahl ja in Berlin in allen Wahlbezirken wiederholt werden. Nein, nein, sicherlich nicht. Und dagegen sind wir in die Beschwerde gegangen. Und jetzt müssen wir eben abwarten, was passiert. Ich bin derzeit ein bisschen beunruhigend, dass das Bundesverfassungsgericht sich so viel Zeit lässt. Das Bundesverfassungsgericht weiß, wie vordringlich die Sache ist. Wenn die Wahlwiederholung erst zum Ende der Legislatur käme, dann wird sie ja gar nichts mehr bewirken. Wir wissen auch nicht, wie lange die Legislatur noch dauert. Meinen Sie, ja, okay, das ist natürlich, das kommt immer von den Kritikern. Also ich schätze, dass es durchgezogen wird. Aber das ist ja auch nur meine Meinung. Aber würde denn, gehen wir mal davon aus, Berlin würde jetzt komplett neu wählen. Würde das wirklich einen großen Einfluss auf die jetzige Koalition haben? Ja, das hat potenziell einen ungeheuren Einfluss, weil in Berlin zwei der drei Direktmandate der Linkspartei sich befinden, denen die Linkspartei ja nur ihre Präsenz im Bundestag überhaupt verdankt. Eins davon ist in Leipzig. Ein anderes ist in Berlin Treptow und gehört Herrn Gysi. Und da würde ich nicht erwarten, dass bei einer Wiederholungswahl sich daran was ändert, weil er mit großem Vorsprung führt. Aber dann gibt es das dritte Mandat der Linkspartei in Berlin und das würde mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit nach jetzigen Umfragen klar in Wegfall kommen. Und dann wäre die Linkspartei nicht mehr im Deutschen Bundestag und dann ändert sich alles. Die ganze Tektonik kommt durcheinander. Würde Sie das freuen? Ich fände es zumindest interessant, sagen wir so. Ja, aber ich sehe, dass Sie sich darüber freuen würden. Ja, wir sehen ja, dass die Lage, wie sie jetzt ist, politisch ziemlich katastrophal ist. Das System wird ja mit hoher Geschwindigkeit gegen die Wand gefahren. Es ist ja sozusagen der perfekte Sturm, wenn man so will. Wir stellen zwangsweise alles auf elektrisch um. Elektroautos, Wärmepumpen. Die Wärmepumpe ist das Elektroautos unter den Heizungen. Ja, gleichzeitig werden alle zuverlässigen, grundlastfähigen Methoden der Energieerzeugung lahmgelegt. Die Atomkraftwerke werden nicht nur stillgelegt, sie werden zerstört. Ja, sie werden rückgebaut. Mit Säure wird das dekontaminiert von innen, die ganzen Leitungen, was dann bedingt, dass das Atomkraftwerk keinesfalls wieder in Betrieb genommen werden könnte. Wir laufen auf eine ziemliche Katastrophe zu. Dabei, also ich höre das, man hört es ja auch von anderen und trotzdem irgendwie läuft es. Ja. Also finden Sie das nicht aber auch irgendwie erstaunlich? Ich finde das über alle Maßen erstaunlich. Aber dann, wenn man dann immer davon spricht, dass jetzt alles an die Wand gefahren wird, wann denn dann? Das müssen wir dann mal sehen, ja. Gut, wir sprechen ja heute nicht über Energie. Es interessiert mich trotzdem. Sie sind außerdem, ich will das noch hinzufügen, Sie sind außerdem häufiger Sachverständiger im Innenausschuss. Ja, da habe ich gesehen, dass Sie auch zu Zeiten von Corona natürlich da geladen wurden, auch zum Thema Asyl und so weiter. Ich glaube, Sie werden meistens von der AfD dort berufen. Richtig, ja. So heißt das doch, ne? Wir sprechen heute auch, wir sprechen heute unter anderem über die Krise des Rechtsstaates, über die Umdeutung des Grundgesetzes und der verlorenen oppositionellen Energie, eigentlich mein Lieblingsthema. Zuerst mal zur Krise des Staates oder des Rechtsstaates. Ich habe mal geguckt, ob es da Umfragen dazu gibt. Ich weiß, Umfragen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Bei Statista habe ich gesehen, 2023 irgendwie aktuell, zwei Drittel Vertrauen in den Staat. Und dann habe ich eine Umfrage des Deutschen Beamtenbundes vom letzten Jahr gesehen. Und da war es, dass nur ein Drittel noch glauben, dass der Staat handlungsfähig sei in Bezug auf Klima und Energie. Und darüber hinaus noch, was ich interessant fand, mich würde interessieren, wie Sie das sehen, dass das Ansehen in die Richterschaft wohl stark gesunken sei. Nur noch irgendwie Feuerwehrleute genießen noch weiterhin das höchste Ansehen. Hier ging es um Personen im öffentlichen Dienst, was ja natürlich auch mit Staat und Rechtsstaatlichkeit da zusammenhängt. Jetzt sind natürlich diese Umfragen etwas widersprüchlich. Die einen sagen, zwei Drittel ist alles noch in Ordnung, dann ist die andere Umfrage ein Drittel, hängt natürlich auch von der Fragestellung ab. Aber wie ist denn Ihre aktuelle Beschreibung der Lage? Eine kurze Anmerkung, in den neuen Bundesländern werde ich gelegentlich auch gern von CDU-Fraktionen als Sachverständiger aufgerufen. Das machen die vielleicht auch, um die AfD zu ärgern, dass ich schon weg bin. Das kann natürlich sein. Ja, das zurückgehende Ansehen der Richterschaft, was in der Tat in der Bundesrepublik Deutschland was Neues ist, das kannten wir so bisher nicht. Das dürfte meines Erachtens sehr viel mit der Corona-Zeit zu tun haben. Wir haben in der Corona-Zeit ein regelrechtes Versagen der Verwaltungsgerichte beobachtet. Denn die Verwaltungsgerichte sind verpflichtet, sich ein ganz eigenes Bild zu machen von der Lage. Das nennt man Untersuchungsgrundsatz. Und zu einer ganz eigenen Anschauung dazu zu kommen, ob einschneidende staatliche Maßnahmen gerechtfertigt sind. Also so viel an Sicherheit bringen, dass selbst eine gravierende Freiheitseinschätzung gerechtfertigt ist. Und das müssen Verwaltungsgerichte jeweils selbst beurteilen. Und in der Corona-Zeit... Das heißt, Sie müssen auf eigene Experten zurückgreifen und dürfen nicht auf das, was die Politik sagt, sozusagen... Sie dürfen auf jeden Fall, auf gar keinen Fall, dürfen Sie sagen, wir orientieren uns an dem, was das Robert-Koch-Institut sagt. Denn der Gesetzgeber hat das Robert-Koch-Institut mit einer besonderen Einschätzungskompetenz ausgestattet. Das ist natürlich Unsinn. Es fängt damit an, dass das Robert-Koch-Institut ja keine unabhängige wissenschaftliche Instanz ist. Sondern es ist einfach eine nachgeordnete Stelle des Bundesgesundheitsministeriums. Und die müssen natürlich das tun und das für richtig erklären, was der Gesundheitsminister will. Völlig ungeeignet, sich auf das Robert-Koch-Institut zu berufen. Wenn man unabhängig die Berechtigung von Maßnahmen... Auf was hätte man sich denn dann berufen müssen? Man hätte Experten einberufen können. Und da gab es ja genug Experten, die auch viele Dinge kritisch gesehen haben. Aber hätte man die eingeladen, das ist doch die große Frage. Die hätte man ja gegeneinander... Das hätte man machen müssen. Hätte man machen können, hätte man machen müssen. Und die hätte man gegeneinander antreten können und antreten lassen. Und dann müssen sich die Richter ein Bild machen, was sie überzeugender finden. Ganz einfaches Beispiel. Bundesverfassungsgericht. Auch das Bundesverfassungsgericht hat in verschiedentlicher Hinsicht versagt. Das Bundesverfassungsgericht hat seine Corona-Beschlüsse, also Bundesnotbremse 1 und 2 und auch Impfpflicht für Gesundheitsberufe, jeweils im 1. Senat ohne mündliche Verhandlung gemacht. Die haben durch Beschluss entschieden. Das heißt, da gibt es keine mündliche Verhandlung. Die haben sich zwar Gutachten stellen lassen, wie üblich von denjenigen Experten, die ohnehin die Regierung beraten. Aber in einer mündlichen Verhandlung, die hier eigentlich üblich gewesen wäre, da hätte man dann ja gesehen, was die Experten sagen. Und dass die eigentlich nur die regierungsnahen Experten geholt haben. Haben die gleich ausfallen lassen, haben ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss entschieden. Aber ist das juristisch in Ordnung, so zu machen? Das können die machen. Das können die machen. Aber was ist dann die Kritik? Also wenn man das eigentlich so machen kann, also auch juristisch, ist das eigentlich sauber. Was ist dann die Kritik daran? Sie hätten das nicht machen sollen. Und sauber ist es nicht, weil die Öffentlichkeit nachvollziehen können muss, ob die Experten wirklich unabhängig zu sein scheinen und das ganze Spektrum abdecken. Also Sie meinen eigentlich dann auch einfach in Bezug auf die Transparenz natürlich, dass man einfach weiß, wie das sowas zustande kommt und deswegen, okay. Ist auch problematisch. Also es ist insofern in Ordnung, weil es ja über dem Bundesverfassungsgericht keine Instanz gibt. Ja, wenn es eine Berufung gegenüber dem Bundesverfassungsgericht gäbe, dann könnte diese Berufungsinstanz eventuell sehr wohl sagen, das war hier absolut nicht in Ordnung, das ohne mündliche Verhandlung durchzuziehen. Da es keine Berufungsinstanz gibt, gilt in formeller Hinsicht immer, das dürfen die. Ja, aber deswegen ist es noch lange nicht in Ordnung. Okay, aber juristisch ist es nun mal sauber. Also ist ja gut, auch sowas zu wissen, dass das geht. Es ist nicht direkt rechtswidrig, natürlich. Ja, jetzt haben Sie auch gesagt, dass das Vertrauen und das Ansehen wohl eher in die Richterschaft auch eben durch Corona stark gesunken ist. Wie ist denn Ihre Beschreibung der Lage des Rechtsstaates? Viele sagen ja, wir haben keinen Rechtsstaat mehr. Nun ist das vielleicht auch eine gewisse Übertreibung, weil bestimmte Verfahren laufen ja immer noch das Knöllchen beim Parken. Das funktioniert ja. Das funktioniert. Aber wo sagen Sie denn, wo ist denn das Problem aus Ihrer Sicht? Naja, ich habe also in meiner Gerichtspraxis, auch vor dem Bundesverfassungsgericht, doch zunehmend das Gefühl, dass wir uns im Rahmen des allgemeinen Übergangs zu einer Art Postdemokratie auch in der Rechtspflege auf Zustände zu bewegen, wie sie in der DDR jedenfalls ähnlich, ja, strukturparallel ein Stück weit da gewesen sind. Auch in der DDR hatte man vom Grundsatz her schon eine Art unabhängige Rechtsprechung, die auch manchmal Gutes geleistet hat, aber die hatte man nur in den Fällen, die nichts mit der Politik zu tun hatten, wo ganz einfach zivilrechtliche Ansprüche gegeneinander abgewogen werden mussten. Das gab es ja auch alles in der DDR. Und wenn hingegen der Fall politisch war und wenn klar war, die Staatsspitze will ein bestimmtes Ergebnis oder lehnt die Aktivitäten einer bestimmten Person ab, dann gab es in der DDR überhaupt keine unabhängigen Gerichte, sondern dann schrieb auch die Stasi das Drehbuch, das ist bei uns natürlich nicht der Fall. Also ich kann beobachten, dass in denjenigen Fällen, und da rühren wir an das Grundproblem der Gesellschaft und des Staates überhaupt, was ich jetzt eben mit dem Begriff Postdemokratie zu umschreiben versucht habe, in denjenigen Fällen, wo sich die Eliten weithin einig sind, wo es also egal ist, ob jemand eher CDU ist oder eher SPD, die meinen eh dasselbe, und wo es auch egal ist, ob jemand im System Politik arbeitet oder im System Medien oder auch jetzt im System Wissenschaft, auch egal, die sind sich weithin einig, in solchen Fällen scheuen sich die Verwaltungsgerichte, scheut sich auch das Bundesverfassungsgericht, hier von dieser Linie abzuweichen, von dem Elitenkonsens. Denn wenn man vom Elitenkonsens abweichen würde, dann würde man aus den Eliten selber rausfallen, da wäre man nicht mehr Elite, wäre man nicht mehr anerkannt zumindest als solche. Und da kann man, also immer wenn es um Fragen geht, für die es einen Elitenkonsens gibt, ist es schwer vor den Gerichten durchzudringen, selbst wenn man eigentlich doch recht hätte. Also Elitenkonsens bei den großen politischen Themen, da gehe ich mal davon aus, ich meine Asyl gehört gewiss dazu, Einwanderung, Migration, Klimaschutz natürlich, wahrscheinlich auch bestimmte Fragen, was so Selbstbestimmung, Geschlechterfragen und so weiter. Zunehmend, genau, das ist das Thema, was jetzt am Durchbrechen ist und Stichwort Elitenkonsens, an der Corona-Sache konnte man es ja besonders plastisch beobachten, was bei den anderen Themen so nicht der Fall war, nämlich das sich umdrehen, der Wandel des Elitenkonsenses. Denn im ersten Quartal des Jahres 2020 galt die Vorstellung, dass da eine chinesische Atemwegserkrankung irgendeine Gefahr auch für Deutschland bedeuten könnte, als eine rechte Verschwörungstheorie, die sich die Rechten ausgedacht haben, weil sie einen neuen Vorwand suchen, um die Grenzen zu schließen. Und da gab es eine bekannte Sendung im Bayerischen Rundfunk, QUER heißt die Sendung, wo das also durchgespielt wurde, die haben sie dann lieber aus der Mediathek dann herausgenommen. Und das änderte sich ganz schnell, das wandelte sich dann und die Konstante blieb darin, dass die Gegner der Regierung, die Skeptiker der regierungsamtlichen Maßnahmen, die waren immer rechts und das waren immer Verschwörungsideologen. Aber vorher waren eben die, die rechten Verschwörungsideologen, die sagten Corona ist gefährlich, wir sollten vielleicht die Grenzen schließen und hinterher waren dann die rechten Ideologen, die sagten Corona ist nicht so schlimm. Da habe ich eine andere Interpretation dazu, also wie ich das wahrgenommen habe. Und zwar, also ich erinnere mich auch an die Zeit, ich erinnere mich auch, dass vor allem eben die AfD im Bundestag zuerst gesagt hat, ja wir müssten die Grenzen schließen, wir müssen das ernst nehmen und für mich war das eher so, dass die Opposition einfach so eine gegen alles Opposition ist und weil die Bundesregierung eben sich entspannt und eben nicht darauf reagieren möchte, sagt die AfD, nein wir müssen was machen und als es dann sich umgedreht hat, als dann die Bundesregierung so durchgedreht ist, sage ich jetzt mal so ganz salopp, Lockdowns, Airwett, sie wissen ja die ganze Geschichte, dann hat die AfD auf einmal gesagt, nein das wollen wir natürlich nicht. Also für mich wirkte das eher so, ich sag mal ein bisschen populistisch opportun vielleicht, einfach so ein bisschen gegen die Regierung sein. Das wäre jetzt meine Interpretation. Also ich kann mich daran erinnern, dass eben in diesem Frühjahr 2020 einerseits hier dramatische Fernsehbilder gezeigt wurden, dass die angeblich in China auf der Straße tot umfallen, was ja kaum zu der bekannten Corona-Symptomatik passen würde, auch deshalb etwas sehr seltsam war. Und trotz dieser dramatischen Nachrichten über die Lage in China, wo uns also gesagt wurde, dass die Leute dort angeblich fast wie die Fliegen sterben, hatten wir eine große, eine Spielzeugmesse, nach meiner Erinnerung in Erlangen-Nürnberg, wo dann tausende von chinesischen Geschäftsleuten einreisen konnten. Und da dachte ich damals auch, einfach als Laie und Zeitungsleser, das ist ein merkwürdiger Widerspruch. Also wenn wir hören, es sei in China jedenfalls so schlimm, dann ist nicht ganz begreiflich, dass man da keine Quarantänemaßnahmen macht. Also das ist das, was ich noch erinnern kann. Also Sie sehen nicht, dass da vielleicht ein bisschen ein politischer Opportunismus auch an den Tag gelegt wurde? Wüsste ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Also ich sehe das ja als Zeitungsleser. Okay. Ich würde gerne, Sie haben über Elitenkonsens gesprochen, ja, und auch zum Thema Corona und wie sich der auch gewandelt hat. Mich würde interessieren, wie der eigentlich heute ist. Was ist heute der Konsens, von mir aus auch juristisch betrachtet, in Sachen Corona? Wir haben ja schon gewisse Sprünge gemacht. Oder vielleicht auch nicht. Der Konsens scheint mir inzwischen der zu sein, der ja schon, auf dem ich glaube, Essener Parteitag der CDU im Jahre 2016 im Hinblick auf die Grenzöffnung mal beschlossen worden ist. Und der damals lautete, wir haben alles richtig gemacht und das darf sich niemals wiederholen. Ähnlich sieht man es jetzt bei Corona. Man weiß inzwischen, das wird ja zugegeben, dass also die meisten Maßnahmen grob überzogen waren, dass sie mehr Schaden angerichtet haben, als dass sie genützt haben. Es gibt dann einige Dinge, die jetzt allmählich aufgeklärt werden, die noch unsicher sind. Das ist zum Beispiel die Frage nach der Intubation, ob nicht die Corona-Toten gerade der ersten Monate möglicherweise fast vollumfänglich durch die vorzeitige Intubation zustande gekommen sein würden. Das ist jedenfalls ein Verdacht, der derzeit noch erforscht wird. Und was ebenfalls offen ist, ist natürlich die Frage nach den möglichen Nebenwirkungen der Impfung. Bei der Impfung ist, wenn man ehrlich ist, mittlerweile, das sagt man nicht so gern, das steht nicht groß in der Zeitung, ist es doch auch fast mittlerweile eigentlich konsertiert, dass die Impfung weitestgehend wirkungslos war. Also gegen Infektionen hat sie nicht geschützt und gegen schwere Verlaufsformen, wenn sie denn geschützt hat, offenbar während eines Zeitfensters von mehreren Wochen. Und dann war das auch schon wieder vorbei. Und da hat dann sogar Karl Lauterbach gesagt, also für die Auffassung des Impfung alle paar Wochen hätte er sich aber nie ausgesprochen. Und der nächste Punkt, der ist offen, das wird möglicherweise ein ganz großes Thema der nächsten Jahre. Das sind Impfnebenwirkungen und Impffolgen, die möglicherweise in nicht wenigen Fällen fatal gewesen zu sein scheinen. Das wird alles noch erforscht. Das Problem ist so ein bisschen, dass obwohl das eigentlich mittlerweile anerkannt ist, wir eben dieses Problem des Elitenkonsenses haben, das heißt, es hängen ja alle mit drin. Regierung und Opposition waren sich weitestgehend einig. Uneinig waren sich allenfalls große Teile der AfD, die aber eben im Rahmen dieser postdemokratischen Veränderung nicht als legitime Opposition anerkannt wird, sondern nach gerade als außerhalb des Rechts stehend behandelt wird. Die Medien haben mitgespielt, haben das voll unterstützt. Es wäre jetzt Aufgabe der Medien natürlich, in einer funktionierenden Demokratie die Sache jetzt aufzuklären und zu recherchieren und allen Verdachtsmomenten, die bestehen, also jetzt intensiv und unermüdlich nachzugehen. Das machen die natürlich nicht, weil sie selber mit drin hängen. Die müssten sich ja selber anklagen, dass sie beispielsweise die Impfung nicht selten auch die Impfpflicht propagiert haben, möglicherweise mit schlimmen Folgen. Und daran scheitert so ein bisschen die Aufklärung. Das ist dieser nachwirkende Elitenkonsens. Eigentlich wissen alle, dass das meiste ein ziemlicher Mist gewesen ist, aber da alle, die zur Aufklärung berufen wären, also erstens Opposition, zweitens Presse, so nicht im Spiel waren als Opposition, als Presse, sondern die Einheitsmeinung mitgemacht haben, ist das Aufklärungsinteresse sehr überschaubar. Aber wir haben ja eine Opposition, auch wenn sie delegitimiert wird oder wie auch immer. Die ist ja schon da, also mit der AfD würde ich sagen und die Linke zum Teil auch vielleicht in bestimmten Fragen. Aber das würde dann nicht ausreichen, um da Aufklärungsarbeit zu leisten. Es ist natürlich besser als nichts. Und es ist wichtig, dass es die Opposition gibt, denn sonst gäbe es die ja nicht. Aber in einem System, in dem faktisch die Opposition von allen übrigen Playern, also von Medien wie von den übrigen Parteien, in der Sache als illegitim, ja als geradezu rechtswidrige Bestrebung, als eine Art illegale Struktur behandelt wird, ist es natürlich ein zusätzliches Problem, wenn etwa ein Wissenschaftler sich die Frage stellt, ob er seine Untersuchungsergebnisse publizieren soll, die dann beispielsweise Schäden im Zusammenhang mit der Impfung aufzuweisen geeignet sind. Und dann sagen ihm seine Kollegen, ja das sagt doch auch die AfD. Ja, wenn du das veröffentlichst, dann bist du ja jetzt der AfD-Wissenschaftler. Haben Sie sowas schon erlebt oder? Ja, ich habe einen bekannten Kollegen, der der FDP nahesteht, auch ein Staatsrechtslehrer, der sich wirklich hervor, der sich wirklich hervorgetan hat, der Beachtliches geleistet hat als Gutachter in den Corona-Ausschüssen, die da über die Verordnung dort beraten haben. Ich saß oft mit ihm in denselben Sitzungen und wir haben ganz ähnliche Dinge vertreten. Wir waren uns also der Parteiübergreifend vollkommen einig. Und seine Tapferkeit endete an dem Punkt, als er von einem Kölner CDU-Abgeordneten des Deutschen Bundestages, ich weiß bis heute nicht, ob das ein Irrtum war oder Böswilligkeit, als er als AfD-Professor, als AfD-Wissenschaftler hingestellt worden ist. Das hat ihn zutiefst schockiert. Ein anderer Staatsrechtslehrer, diesmal Münster, hat dann berichtet, dass zu ihm Studenten kamen und ihn fragten, ob sie das Lehrbuch des erstgenannten Kollegen überhaupt noch verwenden und zitieren dürften. Nun, wo sie gehört hätten, dass dieser ein AfD-Wissenschaftler sei. Und der ist wirklich davon also schockiert gewesen. Und man merkte ihm an seit dieser Zeit, dass er nicht mehr so gut achtete wie vorher, sondern dass er nunmehr sagte, also im Ergebnis ist doch alles gerechtfertigt, im Ergebnis ist doch alles gut, was die Regierung will. Da konnte ich das mal sehen. Das ist natürlich anekdotisch, aber trotzdem eine sehr interessante Anekdote. Was mich interessieren würde, ich meine dadurch, dass Sie ja auch die AfD vertreten, auch vor Gericht, vor dem Bundesverfassungsgericht, ist man dann irgendwie so eine Art AfD-Jurist? Also ich bin sicherlich kein AfD-Jurist, gehöre der AfD auch nicht an und sehe vieles außerordentlich kritisch. Aber wie, kann man, also kann man das so trennen voneinander? Ich meine, Sie waren ja auch sehr kritisch, was so die Migrationskrise anging oder Migrationspolitik und ich finde das nachvollziehbar, natürlich durchaus. Nur kann man sich so politisch komplett davon trennen? Und ich meine, oder hatten Sie persönlich irgendwelche, wie sagt man, irgendwelche negativen Erlebnisse aufgrund Ihrer Arbeit, die Sie jetzt für die AfD verrichtet haben? Und Sie sind ja auch in der AfD-nahen Stiftung. Also Sie haben ja da schon eine gewisse Verwandlung. Ja, ich überlege gerade, selbstverständlich gab es sehr negative Wirkungen. Allerdings würde ich die jetzt weniger assoziieren mit meiner gelegentlichen Tätigkeit als Prozessbevollmächtigter, der AfD-Bundespartei oder auch Bundestagsfraktion, sondern die gab es eigentlich unmittelbar im Anschluss an meine Veröffentlichung ab 2015. Ja, Herrschaft des Unrechts, dieser Begriff, den ich damals erfunden habe. Seehofer hat ihn nur kopiert. Da gab es mannigfaltige, negative und problematische Reaktionen, bis hin zu der, dass die Universität der Polizei in Münster-Hiltrup mich dann wieder rausgeworfen hat. Das hatte ich ja mal in einem Buch sogar geschildert. Ich muss sagen, dass seit ich regelmäßig als Prozessbevollmächtigter vor dem Bundesverfassungsgericht auftrete und teils ja auch erfolgreich, dass es eigentlich besser geworden ist. Also die Kollegen werden sachlicher. Die bekommen ja auch mit, dass ich kein verrücktes Zeug erzähle und dass ich auch gelegentlich vor den Gerichten Erfolg habe. Teilweise werde ich sogar in Staatsrechtslehrerkreisen darum beneidet, dass ich so oft vor dem Bundesverfassungsgericht bin. Andere Kollegen sind da nie und noch andere sind da einmal im Leben. Und ich bin eben andauernd da. Ist das irgendwie etwas Besonderes? Ja, klar. Wenn man Prozessbevollmächtigter vor dem Bundesverfassungsgericht ist, das ist nun nicht jeder. Ah ja, ich kenne da nicht, weil jeder, das ist auch interessant, weil jeder Beruf hat so seine eigenen Hierarchien natürlich und seine eigenen, weiß ich nicht, Sternchen, die man sich irgendwie hinkleben kann. Und dann scheint ja in ihrer Bubble, will ich jetzt mal so sagen, vor dem Bundesverfassungsgericht zu sein. Auf jeden Fall kriegt man dafür einen Schulterkörper. Ja, jedenfalls, wenn man öfters da ist und auch wenn man dort Erfolge hat. Ja, das ist interessant. Wenn wir beim Bundesverfassungsgericht sind oder ich, genau, doch, da würde ich jetzt gerne weitermachen. Man muss meine persönliche Lage von der Lage Deutschlands unterscheiden. Meine persönliche Lage ist in den letzten Jahren besser geworden. Mit Deutschland ist es vielleicht umgekehrt. Also quasi, wenn Deutschland, je mehr Krise, desto besser läuft es für Sie? Das mag sogar eine Rolle spielen. Aber so habe ich es eigentlich bisher noch nicht gesehen. Es ist so, dass im allerersten Moment, wo man auch gerade in dieser Grenzöffnungshysterie, die es ja da gab, wir müssen uns mal erinnern, da hat ausgerechnet die Bild-Zeitung, ja, also ein Presseorgan, von dem man eigentlich erwarten dürfte, dass es möglicherweise einer unkonditionierten Grenzöffnung ein wenig kritisch gegenübersteht. Ausgerechnet die Bild-Zeitung hat ja diese Buttons herausgegeben, die man sich an den Anzug pappen konnte, so Refugees Welcome, ja. Also in dieser Willkommenshysterie, die es damals gegeben hat, wenn dann einer sagt, das ist doch alles Quatsch und vor allen Dingen verfassungswidrig, das dürften die gar nicht. Die Bundeskanzlerin kann nicht sagen, wir wenden die Verfassung, das Asylgesetz und die Dublin-III-Verordnung einfach nicht mehr an. Wenn dann einer dagegen aufsteht, dann gab es natürlich einen starken Gegenwind. Und später hat mir ein bekannter Heidelberger Staatsrechte ja gesagt, selbstverständlich haben sie recht, aber ich konnte das damals nicht sagen, sonst hätten mir die Studenten die Fensterscheiben eingeworfen. Mag ja sein. Also mit der Zeit haben die Kollegen eben bemerkt, als diese große Hysterie abgeklungen war, dass ich möglicherweise gar nicht so Unrecht hatte. Und ferner hatten sie auch bemerkt, es gibt ja immer so Schlagworte und Stichworte, dass ich mitnichten ein Rechtsradikaler bin und dass ich nicht verrückt bin und dass ich kein Reichsbürger bin, sondern ich argumentiere eben herkömmlich verfassungsrechtlich, wie das vor 20 Jahren noch alle gemacht haben. Ich glaube dann, weil wir jetzt kurz bei dem Thema sind, Herrschaft des Unrechts, das war ein Artikel im Cicero, die Reaktionen waren eben kritisch. Die SZ hatte geschrieben, dass sie meinten, die Bundesregierung hat gegen das Grundgesetz verstoßen, als sie im Sommer 2015 Flüchtlinge aus Österreich über die Grenze ließ. eine Interpretation der führenden Juristen etwa von Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof widersprechen. Da war sogar die Rede von einem Mythos vom Rechtsbruch. Ich glaube, da wurde sogar ein Buch veröffentlicht in diesem Zusammenhang. Also von dem her, da würde mich jetzt interessieren, was ist jetzt eigentlich, wenn man davon sprechen kann, dass es einen juristischen Konsens gibt und ob der überhaupt relevant ist, bezüglich dieser Grenzöffnung? Also damals hat man ja gesagt, nein, sie haben Unrecht und der Konsens ist von führenden Juristen, sie haben Unrecht, das ist ein Mythos, es gab keinen Grundrechtsverstoß. Nein, das stimmt nicht. So hat es die SZ geschrieben. Aber schon vor langer Zeit. Ja, das stimmt, das ist alt. Die SZ habe ich schon vor langer Zeit einmal auseinandergenommen. Ja, also das ist sehr, sehr seltsam. Und auch die Behandlung dieser Rechtsfrage fällt unter die Dinge, an denen ich eben meine Diagnose entstehende Postdemokratie festmache. Also erst mal ist es interessant, dass die Bundesrepublik sich niemals seit 2015 zu der Frage geäußert hat, aufgrund welcher Rechtsvorschriften oder welcher Auslegungsarten der Rechtsvorschriften sie sich seinerzeit für berechtigt gehalten hat, einfach zu sagen, wir wenden das Grundgesetz, das Asylgesetz und die Dublin-III-Verordnung einfach nicht mehr an, sondern sagen freihändig, die Leute da aus Ungarn, die können alle zu uns kommen. Dazu hat die Bundesregierung sich trotz diverser kleiner Anfragen, nicht nur übrigens von der AfD-Fraktion, sondern auch von der linken Fraktion, niemals geäußert. Die von mir seinerzeit vertretene Grenzöffnungsklage hatte ja nicht den Zweck, die Grenze wieder zuzumachen. Dafür wäre eine Organschreikklage gar nicht geeignet, sondern sie sollte die Regierung zwingen, sich dazu zu äußern, auf welche Rechtsgrundlagen sie sich eigentlich stützt. Das ist nicht gelungen, zu meiner großen Überraschung, weil das Bundesverfassungsgericht die Klage als unzulässig abgewiesen hat. Was sie nicht war, nur ein Detail. Aber so wurde entschieden. Ja, aber die Klage war exakt parallel gebaut einer Klage, die es zuvor gegeben hatte, nämlich der sogenannten Pershing-II-Klage der grünen Bundestagsfraktion. Genau gleicher Aufbau. Und damals war die Klage der grünen Bundestagsfraktion keineswegs unzulässig gewesen, sondern die haben lang und breit mündlich verhandelt. So, nun ist es so, wenn man die einstiegigen Gesetze studiert, also Grundgesetz, im Grundgesetz selber steht drin, Artikel 16a, wer auf dem Landweg nach Deutschland einreist, also durch einen sicheren Drittstaat, ist nicht asylberechtigt. Und im Asylgesetz, Paragraph 18, steht glasklar drin, wer aus einem angrenzenden Staat nach Deutschland rein will, sicherer Drittstaat, alle, rein will, um einen Asylantrag zu stellen, darf gar nicht erst reingelassen werden. Und Dublin-III-Verordnung sagt eben, es gilt das Ersteinreise-Staatsprinzip. Da, wo er zuerst eingereist ist, der Staat ist zu verlieren. Gibt es da nicht noch die Genfer Flüchtlingskonvention? Ja, aber die spielt hier keine Rolle, denn in dem Moment, wo jemand in einem sicheren Drittstaat ist, ist er kein Flüchtling mehr. Wenn in Österreich ein Bürgerkrieg ausbricht, dann müssen wir die flüchtende Leute aus Österreich übernehmen. Ich dachte, da wäre noch eine gesunde Ausnahme. Also insofern ist die Rechtslage relativ klar. Und wenn ich dann in manche Fachbücher und Kommentare reingucke, da wird dann das geleugnet. Aber es ist erstaunlich unklar, da schreiben dann Autoren, das habe ich gerade neulich irgendwo gelesen. Naja, also das geltende Recht werde vom Europarecht irgendwie überlagert. Mit der Folge, dass die Regierung angeblich aus allen Himmelsrichtungen so viel Asylanten reinlassen kann, wie immer sie möchte. Es wird doch nie angegeben, welche Rechtsnorm des Europarechts dem geltenden deutschen Recht so widersprechen sollte, dass das deutsche Recht wegzulassen ist. Das wird nicht gesagt. Das wird nur allgemein gesagt. Es gibt da irgendwie das Europarecht und das überlagert unser nationales Recht. Das stimmt schon deswegen nicht, weil eben unser nationales Recht dem Europarecht ja gar nicht widerspricht. Auch das Europarecht sieht das Prinzip erst ein Reisestaat vor. Das heißt, da werden Nebel verbreitet. Aber offenbar scheint es ja juristischer Konsens zu sein, dass es so gemacht wird. Also wenn jetzt die Klage auch beim Bundesverfassungsgericht dann nicht stattgegeben wird? Die Klage ist als unzulässig abgewiesen worden. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht darf nicht entscheiden und entscheidet daher nicht in der Sache. Einen juristischen Konsens, dass die Regierung berechtigt sei, beliebig viele Asylanten reinzulassen, gibt es nicht. Oder gibt es allenfalls in dem Sinne, dass juristische Kollegen sich eben scheuen, auf das Gegenteil hinzuweisen, weil sie dann als AfD-Juristen gelten. Siehe oben, der wackere FDP-Mann, der danach gar nicht mehr so wacker war. Können wir mal kurz über das Bundesverfassungsgericht sprechen? Weil jetzt haben wir schon oft das erwähnt. Und da wird ja oft über den Herrn Harbert gesprochen, das ist jetzt aktuell Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Er wird ja als Merkel-Protégé bezeichnet. Er ist ein CDU-Mann. Und dafür wird er natürlich häufig kritisiert. Parteileute sind praktisch alle am Bundesverfassungsgericht. Genau, danke, dass Sie das sagen. Ich habe dann mal geguckt. Hier, Roman Herzog war auch Präsident des Bundesverfassungsgerichts. War auch ein CDU-Mann. War auch kein Richter übrigens vorher. Weil dafür wird Harbert auch kritisiert, dass er nie als Richter tätig war. Ja, Moment, muss man unterscheiden. Auch die Jutta Limbach, SPD-Frau, war auch mal Präsidentin. War auch keine Richterin. Ich glaube, der Herr Papier, er war irgendwie... Nee, jetzt habe ich irgendwas verwechselt. Es gibt noch einen anderen, der war als Richter tätig. Aber auf jeden Fall, ich meine nur, dass die Kritik, die dem Harbert entgegentritt, eigentlich finde ich es eigenartig, weil er ja ähnliche Kriterien erfüllt wie alle anderen vorher auch. Oder wie viele andere vorher auch. Also, das müssen wir mal unterscheiden. Es sind jetzt ja viele Namen eingeworfen. Ja, habe ich. Also, alle Richter am Bundesverfassungsgericht werden von politischen Parteien unterstützt. Das liegt daran, dass die mit Zweidrittelmehrheit entweder vom Bundestag oder vom Bundesrat gewählt werden müssen. Und da wählt man natürlich nicht jemanden, von dem man noch nie gehört hat. Sondern auf eine gewisse Loyalität wird da gesetzt. Ein jetzt immer noch amtierender... Nein, gerade nicht mehr amtierender Richter. Ist jetzt seit einiger Zeit außer Amt. Der Peter Michael Huber ist sogar Mitglied in beiden Unionsparteien. Man kann gleichzeitig CDU und CSU-Mitglied sein. Ist der zum Beispiel. Es ist so, es gibt das berühmte Beispiel eines wirklich aktiven Spitzenpolitikers, der dann Bundesverfassungsrichter geworden ist. Das ist der Peter Müller, der Ministerpräsident im Saarland war. Und dann zunächst für alle überraschend selber verkündete, er wollte sich dann als Ministerpräsident zurückziehen, stattdessen Bundesverfassungsrichter werden. Das haben viele mit großer Skepsis gesehen. Er ist es dann geworden. Zu Peter Müller muss man sagen, der war in der Tat Richter. Der hat also zwei Staatsexamen, die ganz hervorragend waren. Dann ist er Richter gewesen am Landgericht, soviel ich weiß. Hat es mehrere Jahre lang gemacht. Ist also ein großer Unterschied zu vielen anderen Politikern, die auch als Juristen filmieren, aber praktisch ja nie gearbeitet haben. Und der ist dann meines Erachtens trotz der großen Skepsis, mit der er begleitet worden ist als ehemaliger Spitzenpolitiker, meines Erachtens ein sehr guter Bundesverfassungsrichter geworden. Der amtiert jetzt noch bis Ende diesen Jahres und hat erst vor kurzem in Saarbrücken presseöffentlich und öffentlich also eine sehr starke Rede gehalten gegen Ende seiner Amtszeit, in der er zahlreiche Missstände auf die Corona-Rechtsprechung kritisiert. Am Ende ist das immer so, oder wenn man in Rente ist. Kurz vorher, genau. Roman Herzog galt als junger Mann, als ein Wunderjurist. Der ist in ganz jungen Jahren schon Professor geworden. Er galt als regelrechtes Genie der Rechtswissenschaft. Heute würde man ihn übrigens gar nicht mehr so sehen. Und der ist dann, nachdem er schon eine fulminante akademische Karriere hingelegt hatte, hat er dann einen Abstecher in die Politik gemacht und war dann Innenminister in Rheinland-Pfalz unter Helmut Kohl. Aber er war eben von Hause aus erstmal ein außerordentlich angesehener Verfassungsrechtler. Und ist dann eben Bundesverfassungsrichter geworden, ohne Richter gewesen zu sein. Das muss man ja auch nicht, sondern das Bundesverfassungsgerichtsgesetz sieht vor, dass die eine Hälfte Bundesrichter sind, also die bereits als Berufsrichter auf der Ebene Bundesrichter angekommen sind, also Karriererichter. Und die andere Hälfte sind eben andere Personen. Das sind typischerweise dann, aber nicht notwendig, Professoren, meistens Staatsrechtsprofessoren. Jutta Limbach ist eine Zivilrechtsprofessorin gewesen, zum Beispiel. Aber eben auch eine angesehene Fachfrau von Hausers. Aber was wollen Sie jetzt sagen, dass die sich unterscheiden von dem Stefan Harbert? Ja, die unterscheiden sich. Und inwiefern? Weil er wird ja kritisiert, auch weil er CDU-nah ist, weil er von der Merkel kommt. Nee, so habe ich das nie verstanden, dass er kritisiert, weil er CDU-nah ist. Also CDU-nah sind Peter Müller und Peter Michael Huber ja auch und viele andere. Aber ist das grundsätzlich nicht problematisch? Oder verstehe ich das dann einfach falsch? Ja, in einem System, das eben sagt, Verfassungsrichter werden von Parlamenten, also Bundestag oder Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit gewählt, ist es selbstverständlich, dass diejenigen Personen, die da gewählt werden, irgendeiner politischen Partei nicht übermäßig fernstehen. Sonst wären sie ja gar nicht erst aufgestellt worden. Aber da... Das ist an sich überhaupt nicht das Problem. Aber als dann eben Stefan Harbert als Präsident des Bundesverfassungsgerichts nominiert worden ist, da waren eben alle, die ganze Fachwelt, sehr überrascht, weil den wirklich niemand auf der Rechnung gehabt hatte. Und das fängt eben damit an, dass er mit dem Verfassungsrecht ja nie etwas zu tun gehabt hatte. Er war also Rechtsanwalt gewesen, so im Bereich Unternehmensrecht, Gesellschaftsrecht. Da war er wohl auch wirtschaftlich sehr erfolgreich. Aber als Kenner des Verfassungsrechts ist er niemals aufgefallen. Er war in der CDU-Fraktion, galt er in der Tat als besonders Merkel-treu. Und was dann natürlich die Kritiker gestört hat, mich auch, war, dass er sozusagen als letzte Arbeit im Bundestag, bevor er Gerichtspräsident wurde, es dann unternommen hat, den sogenannten Global Compact for Migration zu vertreten und verteidigen, wie ich persönlich fand, auf völlig unqualifizierte Weise. Und das wirkte dann besonders unschön. Also diese zur Schau geschagene Parteilichkeit und das führt dann zu diesem Amt. Ja, deswegen habe ich auch, ich habe ja in mehreren Artikeln also meiner Skepsis Ausdruck verliehen, das ist jetzt auch schon etwas her, eben zu der Zeit, wo er es wurde. Eigentlich will ich das heute gar nicht mehr ewig wiederholen, es ändert ja nichts, man soll den Mann jetzt mal arbeiten lassen, aber natürlich, ich gehörte auch immer zu den Skeptikern, völlig klar. Eine Frage, die würde ich da gerne direkt anschließen und die kam auch vom Publikum und zwar, er formuliert, die aktuell brennendste Frage für mich, also die Person ist, die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft, wonach der Justizminister der Staatsanwaltschaft vorgeben kann, ein Verfahren einzuleiten oder auch nicht. Ist das problematisch oder nicht? Das ist natürlich problematisch, klar. Aber das ist ja unser System, wie es aktuell funktioniert. Das System funktioniert so, die Staatsanwaltschaft ist Teil der Exekutive und als solche ist sie zunächst einmal ganz natürlicherweise weisungsgebunden. Man muss zugunsten des Systems sagen, dass es keineswegs eine Routineaktion ist, dass Staatsanwälte auf Weisung hin ein Verfahren entweder anfangen oder einstellen, sondern es gilt schon, auch wenn es nicht ungesetzlich ist, als gewissermaßen unfein. Und wenn es passiert, dass man ein Verfahren einfordert, dass die Politik Staatsanwälte anweist, etwas Bestimmtes zu tun. Da gab es schon vor Garoma-Zeit in Rheinland-Pfalz den Fall, da hatte die CDU-Fraktion, die war damals oppositionell, einen Flyer drucken lassen, der dann zugunsten der Partei war. Das ist dann verboten, dass das mit Fraktionsmittel bezahlt wird. Da hatte dann ein SPD-Justizminister die Anweisung gegeben, wegen Untreue gleich mal zu ermitteln. Das galt dann als Justizskandal und es gab dann später den Fall, wo Heiko Maas dann mal angewiesen hat, als Bundesjustizminister ein bestimmtes Verfahren wieder einzustellen, das eigentlich angefangen worden war. Das gilt dann als Skandal, ist aber nicht ungesetzlich. Es ist ein Problem, es sollte selbstverständlich anders sein und es ist ja auch möglich, obwohl grundsätzlich Beamte immer in Weisungshierarchien drin sind, ist es ja möglich, dies zu unterbrechen. Wir kennen zum Beispiel die Kartellsenate im Bundeswirtschaftsministerium, wo also über Kartellerlaubnisse entschieden wird. Da steht dann einfach im Bundeskartellgesetz, dass diese Beamten, die das sind, im Bundeswirtschaftsministerium, dass die richterliche Unabhängigkeit genießen. Das könnte man auch mit Staatsanwälten so machen. Können Sie das noch mal erklären, weil das habe ich nicht ganz verstanden. Also es gibt die sogenannten Kartellsenate, wenn die darüber entscheiden, ob gegen Unternehmensfusionen ein Kartellverfahren eingeleitet wird. Also ob ein Unternehmen... Ach, und dasselbe könnte man auch mit Beamten machen. Genau, man könnte auch sagen, die Staatsanwälte genießen... Achso, so wie jetzt aktuell... Man könnte das jetzt aktuell auch im Bundeswirtschaftsministerium machen. Da ist es ja schon so gemacht. Also die Kartellsenate, sonst wäre es ja relativ sinnlos, die Kartellsenate, die können in richterlicher Unabhängigkeit darüber entscheiden, ob ein bestimmtes Unternehmen nun eine marktbeherrschende Stellung durch Fusion erlangt, sodass es also ein Fall für die Monopolkommission wäre. Also man kann im Einzelfall regeln, dass ein Beamter unabhängig ist, auch wenn er es normal nicht ist. Klar, weil ein Weisungsbefugnis einfach besteht, also auch in der Hierarchie. Normalerweise immer, klar. Okay, interessant. Normalerweise muss es natürlich ein Weisungsbefugnis geben bei Beamten, gerade um die Demokratie zu schützen. Denn wenn wir allgemein Beamte hätten, die nicht weisungsgebunden wären, das wären ja so kleine Fürsten, das wären ja so Mandarine. Würde jeder willkürlich herrschen. Genau, es ist ja genau, wir würden herrschen. Es ist da ja wichtig, dass die Mehrheit im Parlament, die irgendeinen Minister legitimiert, der wiederum die Verwaltung unter sich hat, dass da grundsätzlich eine Weisungsbefugnis da ist, dass eben die Beamten nicht herrschen, sondern die Mehrheit. Was aber einem manchmal hier im Amt schon noch so vorkommt. Das kommt einem manchmal so vor. Ja, genau, also das ist meine Erfahrung zumindest. Vor so einem Amt gehe ich immer in den Beamtenmodus, ich weiß, wie ich mich behalten muss, ich sage zu allem Ja und Amen und wenn ich was will, muss ich ganz lieb und brav sein. Also es ist schon ein bisschen so, ich preppe mich richtig, bevor ich da so reingehe. Ich gehe selten zum Amt, aber ich bereite mich darauf vor, ich weiß, es ist keine Widerrede, alles ist Ja, das habe ich falsch gemacht und so weiter. Das ist interessant. Ich habe als Rechtsanwalt natürlich auch so einen Beamtenmodus, aber der ist gerade umgekehrt. Das heißt dann, ich mache euch fertig. An jeder Stelle neu. Nein, das nicht, weil ich möchte ja was von denen meistens haben, ob es jetzt ein Reisepass ist oder was auch immer. Bescheid ist bereits in formeller Hinsicht Rechtswidrig, aber auch Material. Also ganz andere Erfahrungen sozusagen. Ich würde gerne noch zu dem Thema kommen, Umdeutung des Grundgesetzes und was Sie damit eigentlich meinen. Umdeutung der Grundrechte. Der Grundrechte, ja Verzeihung. Was Sie damit eigentlich meinen. Ja, das ist ein ganz problematischer Prozess, den wir im Augenblick sehen und der besonders vorangetrieben wird von NGOs, die aber auch aus öffentlichen Mitteln natürlich bezahlt werden, wie dem Deutsche Institut für Menschenrechte hier in Berlin spielt eine besonders unrühmliche Rolle und diese seltsame Umdeutung der Grundrechte wird dann auch übernommen von Verfassungsschutzbehörden, bei denen eine frappierende Unkunde, rechtliche, verfassungsrechtliche Unkunde herrscht. Also ist es so, die Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat. Die geben dem Bürger, der, man nennt das so, Privatautonomie genießt, das Recht darauf, vom Staat in Ruhe gelassen zu werden. Die Freiheit des Bürgers wird von den Grundrechten als Natur gegeben und dem Grundgesetz vorausliegend vorausgesetzt. Der Bürger braucht niemals eine Handlungsermächtigung. Deswegen ist es rein rechtlich gesehen ein ziemlicher Unsinn, auch wenn das immer in bester Absicht gesagt wird, wenn man sagt, die Ansichten eines bestimmten Menschen, die sind noch von der Meinungsfreiheit gedeckt, denn die Meinungsfreiheit, die Freiheit zu sagen, was immer man will, die ist ganz natürlich da und muss nicht erst mal von etwas gedeckt sein. Es ist umgekehrt so, auf der staatlichen Seite, wenn ein Beamter im Amt irgendwas machen will, das muss von einer Vorschrift gedeckt sein. Der Bürger genießt natürliche Freiheit, unsere Meinung muss also von nichts gedeckt werden. Es ist nur eins zu beachten, wenn wir uns äußern oder sonst irgendwie handeln, dann darf das den einfachen Gesetzen nicht widersprechen. Wir Bürger sind nicht an das Grundgesetz gebunden. Auch das überrascht viele Leute. Das Grundgesetz adressiert nur den Staat. Der Staat muss sich an das Grundgesetz halten, wir Bürger nicht. Das spricht uns gar nicht an. Wir Bürger müssen uns an das einfache Gesetz halten, das bürgerliche Gesetzbuch, an das Strafgesetzbuch. Und daher auch wegen der Meinungsfreiheit, weil wir müssen uns ja schon an gewisse, was Meinungsfreiheit angeht, an gewisse Gesetze halten. Man darf keine Beleidigung begehen und insbesondere, das ist der hauptsächliche relevante Fall, gegen unrichtige Tatsachenbehauptungen besteht ein zivilrechtlicher Unterlassungsanspruch. Das muss man im Auge behalten. Aber mit den Grundrechten hat man als Bürger nichts zu tun. Die Grundrechte, die gehen den Staat etwas an. Und diese Umdeutung der Grundrechte, die wir nun erleben und die wir also vor allem schockierenderweise auch in Verfassungsschutzberichten ganz stark nachlesen können, besteht darin, dass diese fundamental Zusammenhänge der Grundrechte verkannt werden und die Grundrechte werden umgedeutet als eine Art Tugendkatalog für den Bürger. Anhand dessen der Staat überwachen kann, ob der Bürger sich auch grundgesetzgemäß verhält. Was totaler Unsinn ist. Der einzelne Bürger kann überhaupt nicht verfassungswidrig handeln. Und zwar deswegen nicht, weil die Verfassung ihn nicht anspricht. Die Verfassung macht dem Staat Vorschriften, aber nicht dem Bürger. Der Bürger kann allenfalls verfassungsfeindlich handeln. Und das ist, wenn man die Kernbereiche des Grundgesetzes, Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaat, wenn man die abschaffen will. Das ist verboten. Und das ist sogar dann verboten, wenn man es mit ansonsten ganz friedlichen und auch legalen Mitteln versucht. Aber verfassungswidrig kann der Bürger sich nicht verhalten. Und in Verfassungsschutzberichten lese ich jetzt nach, solche Dinge wie zum Beispiel irgendein Bürger sagt da, ist jetzt ein beliebiges Beispiel, Frauen können nicht einparken. Und dann steht im Verfassungsschutzbericht, ja daran sieht man ja, dass das ein Verfassungsfeind ist. Denn in der Verfassung steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Da hat niemand das Recht herzugehen und zu sagen, Frauen können nicht einparken. Doch natürlich hat man das Recht, ja. Nur der Staat dürfte, der Staat dürfte seine Politik nicht an dem Satz Frauen können nicht einparken ausrichten. Aber jeder Bürger darf das sagen. Hat allerdings das Problem neuerdings, dass er damit im Verfassungsschutzbericht möglicherweise landet. Denn bei den Verfassungsschutzbehörden, ich habe mich inzwischen darüber aufklären lassen, das wusste ich vorher gar nicht, dass es bei den Verfassungsschutzbehörden gar nicht so viele Juristen gibt, wie ich früher dachte. Angeblich gibt es da kaum Juristen, sondern Politikwissenschaftler sollen da den Ton angeben. Und das würde in der Tat erklären, warum die so unkundig sind. Also ist das eigentlich ein Missverständnis? Weil ich meine, es hört sich ja jetzt nicht so an, als hätte das unmittelbare juristische Folgen für den Bürger, dass sie als, dass zum Beispiel Frauen können nicht einparken, als verfassungswidrig gilt. Also da wird kein Verfahren eingeleitet oder so. Ja, aber wenn man als Bürger oder als Organisation oder als Verein oder gar als Partei im Verfassungsschutzbericht auftaucht, dann hat das allerdings ganz gravierende Folgen. Das ist im Grunde schlimmer, als als vorbestraft zu sein. Und deswegen ist das also außerordentlich gravierend. Jetzt haben wir über die Verfassung geredet und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, weil ich es auch schon am Anfang eingeleitet habe. Und zwar die große Frage. Und ich weiß, mich würde einfach interessieren, wie Sie zu diesem Thema stehen, weil ich weiß, dass dieses Thema der deutschen Souveränität, der deutschen Verfassung, der deutschen Staatsstaatlichkeit, Verfasstheit einfach immer wieder zu fragen. Da kommen immer wieder Fragen auf. Sie beschreiben das als verlorene oppositionelle Energie, die Menschen, die sich, sagen wir mal, mit dem Thema BRD, GmbH auseinandersetzen, mit diesen Konstrukten, mit der Frage, ist Deutschland überhaupt so souverän? Ich lese Ihnen mal einen Kommentar vor, den ich gekriegt habe bei Telegram. Da steht, ein Staatrechtler, sind Sie gemeint, wird die BRD nicht in Frage stellen. Auch, dass wir keine Verfassung haben, wird wohl nicht zur Sprache kommen. So, was sagen Sie dazu? Doch, das ist durchaus so. Ja, also so ähnlich wie auch Mediziner meistens sich die Existenz von Viren leugnen. Ich treffe aber immer wieder auf Leute, die das tun, aber die haben eben keine medizinische Vorbildung. Nein, also ich sehe immer wieder mit Erschütterung, wie viel von der dringend benötigten oppositionellen Energie in Deutschland völlig sinnlos vertan wird in Verrücktheiten. Ja, also diese ganze Reichsbürgerei, wo manche Leute glauben, Deutschland sei eine GmbH oder was nicht alles oder über die Frage nach der verlorenen oder da seienden Souveränität nachgrübeln, worüber man wissenschaftlich viel sagen kann, auch Interessantes sagen kann, was aber praktisch wenig Relevanz hat. Es ist doch außerordentlich wichtig, in den Zeiten, in denen wir leben, oppositionell tätig zu sein. Ja, ich sage mal ganz einfach ein Problem. Wir erleben jetzt, dass durch dieses Heizungsverbot und durch die Pflicht zum Einbau von Wärmepumpen, die übrigens, wie ich jetzt in den letzten Tagen erfahren habe, spontan nicht mehr funktionieren, wenn der Grundwasserspiegel ein bisschen absinkt, was jederzeit passieren kann. Also wir werden gezwungen, abgezahlte kleine Häuser für 100.000 Euro nochmals sozusagen abzubezahlen. Wer das nicht kann, der muss sein Haus dann wohl notgedrungen verkaufen. Wenn aber Millionen von Häusern gleichzeitig notgedrungen verkauft wird, dann sind sie zwingsläufig nichts mehr wert. Und das kann dann alles billig von irgendwelchen Investitionsgesellschaften aufgekauft werden und wird dann von den Steuergeldern vermutlich von den Leuten, die ausziehen mussten, an Asylanten vermietet. Das sind ja alles furchtbare Problemlagen, die wir da vor der Nase haben. Aber die haben alle nichts damit zu tun, dass Deutschland eine GmbH ist, was nicht stimmt. Oder sie können auch nicht daraus erklärt werden, dass irgendwie die Souveränität verloren gegangen ist, sondern es liegt einfach an der falschen Politik, die aus Wahlen und Abstimmungen hervorgeht. Da würden jetzt einige darauf hinweisen, dass wir den Artikel 146 im Grundgesetz haben. Ich lese den vor. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschland für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Ich meine, das ist ja da. Ja, ganz genau. Und das ist auch in dieser neuen, neu gefassten Form hat das die deutsche Einheit überdauert. Es gibt einige Staatsrechtslehrer, die behaupten, diese Vorschrift sei quasi leerlaufend oder habe keinen Anwendungsbereich mehr nach der Wiedervereinigung und nachdem jetzt also Deutschland als Nationalstaat neu gefasst worden ist. Aber das sage ich ausdrücklich nicht. Ich finde, das ist eine ganz faszinierende Vorschrift des Grundgesetzes, eine Art Alleinstellungsmerkmal des Grundgesetzes. Das Grundgesetz erklärt die Revolution für legal. Ja, normalerweise sieht jede Verfassung vor, dass man nicht gegen sie aufstehen darf. Das Grundgesetz erklärt die Revolution für legal. So interpretieren Sie diesen Artikel? Ja, absolut, selbstverständlich. Wenn das Deutsch, in dem Moment, wo das deutsche Volk hergeht und sagt, wir wollen eine neue und ganz andere Verfassung, wenn also gesamtdeutsch die Situation auftritt, die 1989 in der DDR war, dann ist das nicht rechtswidrig, dann ist das nicht verfassungsfeindlich. Die Leute dürfen das. Aber umgekehrt muss man auch sehen, dass solange das eben nicht passiert, also im Moment liegt, glaube ich, keine Revolution in der Luft, trotz der vielen Probleme, die es so gibt. Solange das also nicht passiert und solange die Leute die relative Sicherheit, relative Ruhe der jetzigen Situation einer direkten Revolution, wo alles in Unordnung gerät, vorziehen, solange muss man eben davon ausgehen, dass das Grundgesetz wirklich den Volkswillen widerspiegelt. Denn die Leute könnten dagegen aufstehen, sie dürften dagegen aufstehen, sie tun es bis auf weiteres jedenfalls nicht und deswegen ist davon auszugehen, dass das Grundgesetz hier und heute die völlig legitime Ausdrucksform, formalrechtliche Ausdrucksform des Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes ist. Das Grundgesetz ist als Verfassung legitim. Was mich da jetzt noch interessiert, Sie sagten ja vorhin, dass das Grundgesetz nicht den Bürger adressiert, aber in diesem Artikel irgendwie schon? Ja, das dann insofern schon, das ist richtig, ja, aber das ist natürlich eine ganz andere Problematik, also die allermeisten Vorschriften des Grundgesetzes adressieren nur den Staat und auch diese Vorschrift, die Sie genannt haben, die adressiert ja auch unmittelbar den Staat, ja, die sagt dem Staat, du darfst nicht auf Biegen und Brechen an deiner Verfassung festhalten, wenn die Bürger ernsthaft eine andere wollen, Staat, dann musst du dem nachgeben. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie das in der Praxis aussieht, wenn ich ehrlich bin. Das konnte sich 1989 in der DDR auch niemand vorstellen. Ich kann mich erinnern, noch im Sommer 1989, als riesen Ausreisewellen schon liefen, die einen über Ungarn, die anderen über Tschechoslowakei, ja, da sagte in Westdeutschland, sagten dann auch mindestens zwei Drittel der Leute, die deutsche Einheit, die werden wir nie erleben, das ist die große Lebenslüge der Bundesrepublik. Und eine kleine Minderheit, die Erzkonservativen, ja, die sagten, natürlich werden wir die deutsche Einheit nie erleben, aber wer weiß denn schon, was in 150 Jahren sein wird, ja, und in einem Jahr war es dann soweit. Das kann man sich vorher nie vorstellen. Ja, kann ich auch tatsächlich nicht. Und ich würde sogar behaupten, also ich frage Sie erst mal, würden Sie sich denn eine Revolution wünschen? Die sind ja oftmals nicht so friedlich. Als verfassungstreuer Staatsrechtslehrer wünsche ich mir keine Revolution, sondern ich wünsche mir, dass die Politik letztlich im Wege von den der vorgesehenen demokratischen Wahlen und Abstimmungen es irgendwie schafft, die Notbremse zu ziehen. Es sieht aber im Augenblick gar nicht so aus. Aber ich persönlich wünsche mir eine Revolution nicht. Können Sie sich eigentlich erklären, warum sich Menschen auch gerne, ja, mit dieser Souveränitätsfrage so aufhalten? Weil ich kann schon verstehen, wo das herkommt, ne? Also nach dem Zweiten Weltkrieg, Besatzungsstatut. Wir haben halt eine komplizierte Geschichte, auch was Souveränität angeht. Wir haben mehrere US-amerikanische Militärstützpunkte bei uns. Wir haben diesen Artikel 146, dann diesen 2 plus 4 Vertrag. Also es gibt so viele kleine Stationen, wo man so sich überlegen kann, ah, was ist das? Was bedeutet das alles? Kann man deshalb wenigstens nachvollziehen, warum sich Menschen auch diese Frage stellen? Und auch die Frage der deutschen Souveränität ist ja eine Frage, die man sich objektiv auch stellen kann, weil wir offensichtlich in vielen Fragen nicht unbedingt in deutschem Interesse handeln. Nun würde ich das so interpretieren, ja, das stimmt, aber wir haben es ja freiwillig aufgegeben, was ja auch ein Ausdruck von Souveränität ist. Also dass wir uns in multilaterale Organisationen so verloren haben, würde ich jetzt sagen, war ja eine proaktive Entscheidung, auch sich in der Europäischen Union so zu integrieren, war auch eine proaktive Entscheidung. Selbstverständlich. Naja, also Ihre Frage beinhaltet jetzt sehr viele unterschiedliche Aspekte. Ich will mal so ansetzen, die Tiefe und die Dauer des Nachdenkens steht in umgekehrt proportionalem Verhältnis zu den eigenen Handlungs- und Einflussmöglichkeiten. Ein Bürger, der sich sehr für Politik interessiert, aber nirgendwo die Chance bekommt, irgendwo mitzureden, der kann dann stundenlang in seiner Wohnküche sitzen und einsam über die Politik nachgrübeln und dabei entstehen dann eben die tollsten Verschwörungstheorien, die einfach, ich habe auch schon manchmal Verschwörungstheorien gebildet, sie nur zum Glück nie publiziert. Das ist ganz natürlich, das passiert, wenn man sich irgendetwas zu erklären versucht. Man sieht Akteure, die nicht völlig wahnsinnig sind, sondern die schon rational handeln, tun da irgendetwas, was einem total unerklärlich zu sein scheint und dann sucht man irgendeine Erklärung dafür. Das ist die eine Seite. Die Politiker, die aktiven Politiker, die eine Chance haben, ins Rad zu greifen, irgendwie mitzuwirken, auch wenn natürlich die Chance, die die aktiven Politiker, die zu haben, die auch nicht überschätzt werden sollte. Denn eine Demokratie dient auch immer dazu, die persönliche Macht zu zerstäuben. Ja, also in ganz kleine Partikel zu zerlegen. Der einzelne Bundestagsabgeordnete, der kann ja seinerseits eben kaum was tun. Aber der Politiker, der aktiv im Geschehen drin ist, der denkt ja eigentlich niemals nach. Der hat dazu gar nicht die Zeit. Das war traditionell schon länger so und es hat sich noch erheblich zugespitzt, seit eben das Internet und die sozialen Netzwerke da sind, wo man also ständig reagieren muss auf irgendwelche Kommentare, wo der Politiker sich ständig rechtfertigen muss, sich unter Druck gesetzt fühlt. Es gibt diese bekannte, uralte konservative Kritik an der Demokratie, wo man dann eben sagt, in der Demokratie, da wird ja immer nur vier Jahre vorausgedacht, bis zu den nächsten Wahlen. Und das stimmt natürlich nicht. Das wäre sehr schön, wenn es so wäre. Es wird in der Politik maximal 14 Tage vorausgedacht. Und wenn die Politiker 14 Tage vorausdenken, dann denken sie auch im Hinblick auf diese 14 Tage nicht, was muss in den nächsten 14 Tagen in Deutschland jetzt geschehen, sondern die denken alle, wie kann ich es vermeiden, innerhalb der nächsten 14 Tage zum Objekt einer Medienkampagne zu werden, wo die Medien sagen, der ist rechts oder der hat irgendwelche Wörter gesagt oder der hat irgendwas gedacht und was verharmlost und so. Und so lavieren sie sich dann da irgendwie durch. Und deswegen denkt auch nie irgendjemand, der theoretische Handlungsmöglichkeiten hätte, darüber nach, was in Deutschland passieren muss. Und nochmal zum Ausgang, dieser Begriff der Souveränität, das ist ein Begriff, den man rechtlich nicht in den Griff bekommt. Das liegt daran, das ganze rechtliche Denken basiert auf dem Gegensatz zwischen Empirie, äußeren Tatsachen, die so da sind, und dem Recht, das ist ein Sollen. Das sind unterschiedliche Kriterien, sagen wir. Man kann zum Beispiel gegen das Verbot des Fahrradliebstahls nicht einwenden, dass täglich so viele Fahrräder gestohlen werden. Das eine ist eine Tatsache, das andere ist die Norm. Und gerade die problematische Tatsache zeigt, dass die Norm her muss. Bei der Souveränität klappt diese Kategorienunterscheidung nicht so wirklich. Souveränität ist einerseits ein rechtlicher Anspruch. Jeder Staat der Welt, auch der kleinste, auch Liechtenstein, Luxemburg, haben den Anspruch auf souveräne Gleichheit, steht in der UN-Charta. Die haben den Anspruch, ihre inneren Angelegenheiten ganz selbstständig zu regeln, ohne dass sich da irgendjemand einmischen dürfte. Und die andere Frage ist natürlich, inwieweit ein Staat die Möglichkeiten hat, dieses auch durchzusetzen, dieses Nichtinterventionsgebot. Und dazu muss man natürlich sagen, in der heutigen Zeit ist es so, jeder Staat, der keine eigenen Atomwaffen besitzt, ist natürlich nicht souverän in diesem Vollumfang. Ja, weil jeder Staat, der keine eigenen Atomwaffen hat, braucht eine andere Macht, eine Atommacht, die ihn notfalls gegen Aggressionen anderer Atommächte zu beschirmen, schwört. Ja, und da muss man eben Konzessionen machen, wie wir gegenüber den Amerikanern. Aber dazu gleich, ich bin mir ganz sicher, ich weiß nicht, ob es dafür Umfrageergebnisse gibt, aber ich bin mir ganz sicher, wenn man in Deutschland eine Umfrage machen würde oder wenn irgendein Politiker diese Initiative starten würde, wir brauchen deutsche Atomwaffen. Die U-Boote, die haben wir schon. Die haben wir seinerzeit Israel sogar geschenkt. Also die können wir locker bauen und die Atomraketen könnten wir uns selber bauen oder beschaffen. Ich weiß es nicht. Und dann haben wir eigene deutsche Atomwaffen und dann können wir stärker selbst unseren Kurs bestimmen, weil wir nicht immer diese Rückendeckung von einer Atommacht bräuchten. Ich bin mir ganz sicher, da wären 90 Prozent der Deutschen ganz unbedingt dagegen und würden sagen, niemals wollen wir eigene Atomwaffen. Das sind Massenverlichtung. Aber auch die Europäer da drum herum wären dagegen. Die wären außerdem dagegen, aber es würde sich gar nicht die Konfrontation stellen, dass Deutschland unbedingt Atomwaffen will und Frankreich sagt, das ist uns nicht recht. Wollen Sie denn deutsche Atomwaffen? Ich würde sagen, dass um eine selbstbestimmte Nation wieder zu werden, Atomwaffen insofern unabdingbar wären. Nicht um irgendeinem anderen etwas zu tun, sondern um eben eine letzte Rückversicherung zu haben, wie Frankreich sie hat, wie Großbritannien sie hat, wie Israel sie hat. Ja, insofern muss man sagen, ich bin ein Befürworter deutscher Atomwaffen. Das ist schon richtig. Aber ich weiß, das wird niemals Realität werden, schon weil 90 Prozent der Bevölkerung dagegen sind. Das deutsche Volk will gar nicht souverän sein. Jetzt habe ich noch zum Schluss, ich habe noch ein persönliches Ärgernis. Und zwar, Sie sind ja auch hier Kuratoriumsmitglied der Erasmus-Stiftung und das ist ja auch ein ganzes Verfahren so für sich, weil die parteinahen Stiftungen erhalten ja Geld vom Bund. Sehr viel sogar. Es sind 660 Millionen Euro, 2019 waren es zumindest so viel, jetzt sind es wahrscheinlich mehr, weil es wird ja immer mehr. Und die Sache ist ja so, die Erasmus-Stiftung der AfD, die bekommt dieses Geld nicht. Ja, das heißt, da ist ein ganzer Prozess am Laufen wegen Ungleichbehandlung und so weiter und so fort. Und wissen Sie, worüber ich mich ärgere? Die AfD fordert ja ein, dass sie auch Geld bekommt. Warum fordert die AfD eigentlich nicht, dass keiner Geld bekommt? Warum finanzieren die sich und ihre Stiftungen nicht selber? Da gibt es genug potente Geldgeber da draußen, die das machen können. Warum wird Steuerzahlergeld 660 Millionen 2019 für parteinahe Stiftungen ausgegeben? Und warum klagt die AfD nicht dagegen, dass das keiner mehr kriegt? Ganz einfach, weil sie es nicht könnte. Das liegt einfach an den prozessualen Voraussetzungen. Also, die Klage zugunsten der Desiderius-Erasmus-Stiftung, die ich ja vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten habe und die jetzt Ende Februar erstmal zu einem fulminanten Erfolg ja geführt hat, weil das Bundesverfassungsgericht ja festgestellt hat, dass bereits seit 2019 die AfD in verfassungsrechtlich nicht gerechtfertiger Weise benachteiligt worden ist, dadurch dass einzig und allein die ihr nahestehende Stiftung kein Geld bekommen hat. Dieses Verfahren wird geführt im Wege einer Organstreitklage beim Bundesverfassungsgericht. Das Wort hatten wir ja schon gehört und das ist eben die Rechtsschutzform, die einer politischen Partei vor dem Bundesverfassungsgericht offen steht. Und mit dieser Organstreitklage kann verlangt werden eine bestimmte Feststellung, also die Feststellung, dass man selber zu Unrecht ungleich behandelt worden ist. Die Organstreitklage ist aber kein allgemeines Rechtsaufsichtsinstrument. Man könnte schon der Form nach mit der Organstreitklage nicht einfach die Feststellung verlangen, bestimmte Zustände sind unrechtmäßig. Schon in formeller Hinsicht. Gut, aber vielleicht mit einer anderen Klage. Die ist aber, nein, eine andere gibt es nicht. Es gibt nur die Klagen, die im Bundesverfassungsgericht drinstehen. Und es kommt noch materiell rechtlich dazu, dass selbst wenn man mit der Organstreitklage die Feststellung verlangen könnte, es sollte überhaupt gar keine Stiftung Geld bekommen, was man schon nicht kann, aber wenn man es könnte, dann wäre diese Klage in der Sache nicht begründet. Denn, dass die Stiftungen der übrigen Parteien alle Geld bekommen, das ist ja jedenfalls nicht unrechtmäßig. Und das ist es deswegen nicht, weil der Bundestag es ja beschlossen hat und in Zukunft wird es dann auch in Form eines Gesetzes geregelt sein. Aber wenn der Bundestag das so beschließt, dass die Geld bekommen, dann ist es schon mal nicht unrechtmäßig. Dann kann der Bundestag es aber auch wieder rückgängig machen. Er kann, aber er muss ja nicht. Unrechtmäßig wäre nur, wenn alle Geld bekommen und eine nicht. Aber man kann nicht darauf klagen, dass eine bestimmte Praxis ganz aufhört. Aber im Bundestag könnte man tätig werden und dafür sorgen, dass keiner mehr Geld bekommt. Ja, aber das ist eine ganz andere Baustelle. Das kann man nicht von der Bundeshaushalt zurückfragen. Dann wünsche ich mir, dass diese Baustelle angegangen wird. Ich weiß, es handelt sich nur um 660 Millionen. Mir ist klar, dass das, wenn wir es im Bundeshaushalt betrachten, Peanuts sind. Aber das ist ein persönliches Ärgernis und es ärgert mich einfach. Aber das müssen Sie Ihnen sagen. Also ich habe auf den Kurs der AfD oder auch anderer Parteien im Deutschen Bundestag überhaupt gar keinen Einfluss. Ich bin da nicht drin und ich vertrete die vor dem Bundesverfassungsgericht im Rahmen der dort zulässigen und erfolgversprechenden Klagen. Und eben eine Politikänderung in dem Sinne, dass keine Stiftung mehr Geld bekommt, kann man vor Gerichten auf gar keinen Fall verlangen. Das ist eine rein politische Entscheidung. Vor Gerichten kann man nur Gleichbehandlung verlangen in dem Rahmen, der eben da ist. Was man machen könnte, wäre, man könnte, auch diesen Vorschlag gab es natürlich, man könnte sagen, die AfD klagt nicht dagegen, sondern nimmt das einfach hin, dass sie als Einzige kein Geld bekommt für ihre nahestehende Stiftung, weil sie sowieso eigentlich dagegen ist. Das wäre aber Unsinn. Deswegen ist das zu Recht nicht so beschlossen worden. Denn solange eine Partei da ist und eine nahestehende Stiftung hat und mit den anderen Parteien konkurriert, muss natürlich irgendeine Art von Waffengleichheit da sein. Ja, die anderen kriegen Millionen, mit denen sie Milieupflege betreiben und in der sie Mitarbeiter und auch Abgeordnete sozusagen parken können, wenn die mal arbeitslos werden. Es besteht unter den Experten weiterhin Einigkeit darüber, dass die FDP ihre, ihren, ihr Henausfliegen aus dem Bundestag im Jahr 2013 nicht überlebt haben würde, wenn es nicht die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gegeben hätte, die 50 bis 60 Millionen im Jahr bekommen hat und wo dann eben Fraktionsmitarbeiter, Bundestagsabgeordnete, ehemalige geparkt werden konnten und so dann eben Vollzeit in der Sache für die FDP zuständig sein. Also es ist quasi so ein bisschen wie so ein Luxus-Arbeitslosengeld. Also ich meine, die arbeiten schon, das ist jetzt ein bisschen unfair, aber es ist halt so, aber das ist ja schon eigentlich eine ziemlich gemütliche Angelegenheit, muss ich sagen. Es gibt einer Partei die faktische Möglichkeit, ihr Milieu weiter in Vollzeit pflegen zu lassen und diese Möglichkeit, na selbstverständlich, wovon denn sonst? Und diese Möglichkeit würde nicht bestehen, wenn im Jahre 2013 die ganzen Abgeordneten der FDP-Bundestraktion jetzt Gebrauchtwagenhändler oder so hätten werden müssen, dann hätten die gar nicht mehr die Zeit gehabt, sich um die FDP zu kümmern und eben das liberale Milieu zu pflegen. Okay, aber danke, das ist auf jeden Fall sehr interessant für mich gewesen und ich bedanke mich erst mal für wirklich sehr interessanten Einblick so auch in die Juristerei. Viele Dinge habe ich jetzt auf jeden Fall besser verstanden als vorher und dafür sage ich vielen Dank. Danke auch.